Spenner, hier wurde der Ehrenpreis gegeben vom Reitsport Hopfauf aus Ilsefeld und der Geldpreis von der Güpa-Baudienstleistung aus Pretzfeld. Richter waren Alvines Sogel und Herr Noël. Wir haben einen ersten Platz und zwar die Gespann Nummer 10. Frau Monika Hallasch mit Golden Brandy und Schönbrunn Ladykiller in einer Zeit von 144,62 und 0,5 Strafpunkten, also fast nix. Mitte Gespann Nummer 9 Cornelia Günther mit Alina und Karl in einer Zeit von 148,39 und 2,5 Strafpunkten. Einen tollen zweiten Platz. Mitte Gespann Nummer 39 Claudia Weinbrecht mit Felin van de Esterhove und Marlies in einer Zeit von 136,43. Tolle Zeit, aber drei Strafpunkte, aber ein toller dritter Platz. Und wir freuen uns auf die Gespann Nummer 4 Herrn Sacha Erhard mit Parren de Bigorre und Recommandé par Alaricum in einer Zeit von 141,95 und drei Strafpunkten. Einen verdienten vierten Platz. Das kann ich brauchen. Das kann ich brauchen. Das kann ich brauchen. Und nun bei Erklingen der Musik zur letzten Ehrenrunde dieses Tages. Liebes Publikum, applaudieren Sie. Sind Sie dabei? Unterstützen Sie unsere tollen Fahrer, die heute den ganzen Tag über so Tolles geleistet haben. Wir gratulieren der Erstplatzierten, der Gewinnerin und den Platzierten. Applaus Ho, 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 ho. Ich werde es mal auf die Pfalzchen. Wuh, wuh, wuh. Ich habe doch gar nicht neustellen. Vielen Dank. Vielen Dank.